Lavinia Wollny, 22, könnte momentan augenscheinlich nicht glücklicher sein. Vergangenes Jahr im November verkündete die TV-Persönlichkeit, dass ihr Freund Tim Katzenbauer und sie zum ersten Mal Nachwuchs erwarten. Ende Februar durften die Eltern ihr Baby dann auch endlich in den Armen halten. Seitdem hält die frischgebackene Mutter ihre Supporter auch regelmäßig über ihren Alltag auf dem Laufenden. Jetzt gab Lavinia ihren Fans ein kleines Baby-Update. Auf ihrem Instagram-Account sprach die in Neuss geborene Beauty nun ausführlich über die Entwicklung ihrer Tochter Hailey Emilia. Die Fans der Die-Wollnuss-Bekanntheit interessierte dabei besonders, ob Lavinia schon wieder durchschlafen könne und wie sie die Nächte generell empfinden würde. Mal entspannt, mal ansprechend, antwortete die Blondine und fügte ein lachendes Emoji hinzu. Anschließend verriet die Mama außerdem, dass er sie nachts aufstehen würde, um sich um die Kleine zu kümmern, das habe auch einen ganz besonderen Grund. Ihr Freund müsse schließlich früh aufstehen, um zur Arbeit zu gehen. Auch dass sie ihre Tochter nicht stillen würde, sondern ausschließlich mit der Flasche füttert, erzählte Lavinia ihren Abonnenten. Auf die Frage, wieso sie sich dazu entschieden habe, ihr Baby nicht an der Brust zu nähren, schrieb die 22-Jährige, dass sie schlichtweg nicht stillen wolle. Abschließend verriet die Influencerin dann noch, dass ihr Baby bei der Geburt 3330 Gramm gewogen habe und 50 Zentimeter groß gewesen sei.